Musik 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 Ich habe eine Dame entdeckt, die hier heute Abend sind, das ist natürlich Heidi. Und da mich der Paolo natürlich mit Heidi Hetzer auch verbindet, gibt es ein wunderbares Lied, was ich mal einen bisschen verhinderten Text gemacht habe für Sie, die schon damals bei Hildegard Knef und viele amerikanische Künstler gesungen haben. The Lady is a Champ. Extra halte ich heute meine Dame Heidi vor Weihnachten. Sieh, wie es suche mich für eine Ruhe, denke ich. Komm, erzähl weiter, niemand ist zu spät. Sag, was ihr denkt aus, alles für die, oh ja, ich glaub, ne Lady wirst du nie. Holger und Austen, ja, das singt die Ecke raus. Du, ich spiel lieber, du holst zu Haus. Ach, schick, ich bin, 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 ich bin. Was kommt, das kommt, will dich von Leben und schürzt sich da mit dem Ohr. Ja dieser Lady macht echt weg. Oh, immer was, third Jahrhundert singt die Ecke raus, stimmt's? Ja. Ja. Du gehst viel lieber ohne zu auf. Ja. Das singt mir, die Blütsch- und Schicht, ja, dann wird mir die schöne Lady, wirst du nicht, nein, nicht. Ist jetzt so frei, was machst du, dann bist du dabei, nein, auch. Ist jetzt so lachen, na, dann bist du so frei, wir sind so glücklich, die Blütsch- und Schicht, ja, na, freie Lady, das ist sie, sie fragt sich, was morgen beginnt, ist wieder Wind. Das kommt, das kommt, will nichts von Leben aufleben, irgendwie. Ja, diese freche Lady ist mehr als eine Lady, denn diese Lady ist ein Tröhn, deshalb lieb ich so herrlich. Danke, jetzt, wo ich arbeitslos bin, habe ich immer Zeit, hierher zu kommen. So, ich glaube, das war's jetzt. Wir sind hier nur noch wunderbar und gleich in Höhe. Hatte ich eine Pause gehabt? Sie sind hier. Untertitelung des ZDF, 2020